hallo nix um hallo und herzlich willkommen ja auch von mir noch mal vor allem kleinen klitzeklein 100 abonnenten Prozent ja oder mama ist es nicht nur kurz ich bin aber den klang doch leute ohne dass der chance und random in die partie und fang gleich an zu labern also mancheinwoller ausleiten ist anders machen so er so vorabonnenten special habt schon gehört ihr habt sicherlich auch schon gesehen werden jetzt schon über 130 leute nach dem monat abonnenten special wird es sich wieder ein bisschen was an unserem kanal ich werde es einfach mal sagen sorgen sorgmärte ich warne ja wir werden hauptsächlich jetzt mittlerweile merkt also mehr gta bringen dann bordeleins wenn es rauskommt oder der lenz und budeleins 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 und dann wird schon sagen freude ich darf jeden fall drauf um als abo special wird mal wieder ein live stream kommen man genau wissen wir jetzt selber noch nicht es wird euch auf jeden fall sagen ich denke mal in Ferien so in zwei zwei wochen drei wochen drei wochen und zwei wochen achso in einer woche in einer woche komm dann wieder von mir wie geht es kam auch schon letzten monat nur von dir Videos von daher ist das jetzt auch scheißegal ok das ist ja fast nur mein die verbinden uns das jetzt wurde durch ein unbekannte netzwerke bitte kehren zu gta 5 zurück versuche ich später noch einmal das schön ja so dann wie gesagt live stream dank an 100 abonnenten wir hoffen ihr werdet weiterhin spaß mit unserem channel haben wir werden bei die 200 packen knacken mit kindern knacken äh ja und tja wirst du jetzt noch irgendwas dazu sagen ja also mal oder jetzt auch danke an über 130 abonnenten äh wir werden sie noch äh natürlich wie man es auch sagte ähm hier riecht mal jetzt ja wir werden die 200 abonnenten auf jeden Fall noch kacken ja ja manchmal sagen ähm lasst du positiv bewährten da wenn es euch gefallen hat und ja wir sehen uns beim nächsten mal wieder wir wollen jetzt wieder sowas großes draus machen also wir wollen einfach nur ein kleines video für euch kacken und ja so standard ich muss mich und noch mal sagen wo man hat man man hat man hat man hat den ok also sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis auf den tschau k tame allerdings chew ang 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 ang